Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile dieses Relax-Sessels von Himmola 7228, elektrisch in Größe Large und in Leder Longlife Rustica Erde. Nun, der Sessel ist natürlich drehbar und für mich passt er gerade noch. Ich bin 1,83, ich könnte auch Medium vertragen, aber er geht. Er ist nur recht hoch, also ohne Schuhe hätte ich Probleme schon, na, es ginge noch, ich könnte den Boden noch erreichen. Die Armlehne ist sehr bequem, weil sie breit genug ist und hier der Rücken ist sogar ein bisschen weicher. Fühle ich mich auch super wohl. Hier ist die Tasche für die Fernbedienung und hier ist diese Fernbedienung, die ist ganz einfach. Hier kann man ganz einfach an den Zeichen erkennen, wie sie funktioniert. Hier, das ist das Fußteil, das ist der Rücken, das ist beides zusammen zurück und das ist beides zusammen hin. Jetzt bin ich hinten, die Rückenfunktion oben geht dann manuell, so kann ich wunderbar Fernsehen gucken. Mann, oh Mann, ist der bequem. Das kann ich aber auch wieder strecken und mit einer Taste kann ich ihn dann zurückstellen, das finde ich super. Ich finde auch gut, dass der ein Kabel hat, dann geht die Fernbedienung nicht verloren, kann sie nicht wandern. Gut, das ist Geschmackssache, hinten sehen Sie den Anschluss von Himmola, ganz gut gemacht. Ein Sessel, der sehr auf Bequemlichkeit Wert legt. Hier ist die Tasche, da stecke ich es rein, der einen soliden Eindruck macht. Die Farbe ist Geschmackssache, ist ein schönes Braun, passt sehr gut zu Holz. Rücken ist toll, hier mit diesem weicheren Rücken, mit diesem Lendenwirbelteil. Sie sollten aber über 1,80 sein, sonst ist der Sessel zu groß. Ein weiterer Nachteil ist, wenn Sie den neu bestellen, dürfte der über 2,5 liegen. Ich meine 2.500 Euro, das ist eine Menge Geld. Vorteil, wenn Sie bei profischnapp.de dieses Schnäppchen jetzt kaufen, zahlen Sie ungefähr die Hälfte, weil wir ein Stück von der Hausmesse haben. Das ist das Hausmesse-Stück von Himmola. profischnapp.de, online 24 Stunden am Tag, geben Sie oben rechts die Nummer 17228 und dann kommen Sie zu diesem Sessel und noch besser ist das, wenn Sie sich ins Auto setzen und bei mir vorbeikommen in 72186 Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart, eine halbe Stunde vom Autobahnkreuz, wenn Sie auf der Fahrt sind in den Urlaub, würde mich freuen, wir haben jeden Freitag, Samstag öffnet und wenn Sie wollen, auch auf Termin. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und tschüss.